Ein raus, ein raus, ein raus. Oder sogar ein Nachbar. Ein Nachbar hat mir erzählt, dass er Kunde ist von so einer Junkie-Prostituierten. Nachbar. Das sind da übelste Verhältnisse. Oder dann weiß ich bei einer Polizistin und bei allem, was ich ihr erzählt habe, hat sie gesagt, naja, das ist ja keine Straftat. Naja, mit Junkie-Prostituierten Sex zu haben ist ja keine Straftat. Alles ist keine Straftat und egal, was du der Polizei erzählst, die tun immer so wie, äh, es ist überhaupt gar keine Berechtigung dafür, dass die bei uns auftauchen. Nur mal kurz unterbrechen zur Technik. Ich nehme mir jetzt auf die Technik, die wir auch haben, ne. Ich drehe das mal jetzt so, dass du mich hier ziehst, ob hier die Äquistose. Ich will ja auch zeigen, dass wir mit einfachen Mitteln eine Handyhalterung machen können, ne. Jetzt ist das ja alles drauf, ne. Mit uns beiden. Ja, ist das die Handyhalterung? Genau, sehr gut. Du bist ein, du bist teamfähig, Juli. Merke ich doch. Wir müssen irgendwann mal zusammen ein Lied singen. Ja, aber jetzt wollte ich dich mal nach deiner linksverseuchten Meinung. Nein, rechtsverseuchte Meinung. Du hast eine rechtsverseuchte Meinung und nach der wollte ich dich jetzt mal fragen. Also du, du findest ja auch, dass da also irgendwas, ne, weil die Linken, die Linken haben ja sogar Plakate gehabt, da stand ja irgendwie immer, äh, äh, Legalisierung von Drogen. Ja. Also, gut, äh, Legalisierung von Drogen, man muss dann mal anfangen, Tabak ist eine Droge, Nikotin ist eine Droge, ähm, Alkohol in verschiedenen Formen. Ja, die wollten halt Hanf, ja. Also ich mein, okay, aber, äh, ich mein, ich hab, ich, also man kann ja nicht, man, aber theoretisch ist doch, äh, selbst das Heroin legalisiert worden. Ja. Die Leute kriegen's umsonst, wenn, also dieses Methadon-Programm, anstatt dass die den Leuten mal helfen, oder? Ich mein, richtig helfen, wie ich Gespräche oder keine Ahnung, irgendwas. Und in deinem Buch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Roland? Kommst du mal runter zum Burger King? Ja. Wir sitzen gerade hier, der Wolfgang und ich, und machen Filme. Nee. Nee, der hat nicht angerufen heute. Ah ja, in diesem Modus kann nicht herangezumpt werden, ne? Das lade ich auch bei YouTube hoch. Also das Telefon hat damit aufgenommen, oder? Ja, ich hab nur deine Stimme gehört, nicht den Roland. Darf das noch? Ja, ja. Gut. Vielen Dank.